Die Influencerin Sita Maas speckt 9 Kilo ab. In einem Interview verrät die 36-Jährige, wieso die Kilos putzeln. Es liegt wahrscheinlich wirklich an meinem kleinen Sohn, weil der jetzt anfängt zu laufen und ich bin nur am Hinterherrennen. Obwohl sie den Gewichtsverlust nicht planen, ist sie mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Natürlich, wenn man dann Komplimente bekommt, das motiviert auch und dann denkt man schon darüber nach, isst du jetzt hier den Schokoriegel oder nicht? Weil man sich vor allem wohler fühlt und auch fitter. Für ihren Sohnemann möchte die Familienmama das Gewicht jetzt auch halten. Kleine Luis Felix macht die Content-Kreatorin im November 2022 zum ersten Mal zur Mama. Seither erteilt sie regelmäßig süße Einblicke in ihren Familienalltag. Doch auch für Body Positivity setzt sie sich regelmäßig ein und wehrt sich gegen fiese Kommentare. Am Ende zählt eh immer das Innere, meine Lieben. Das macht einen Menschen schön, sehr schön sogar. Luis Felix kann sich mit so einer Löwenmama nur glücklich schätzen.